Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ZDF für funk, 2017 Und außerdem hast du Mitleid mit ihr und du verstehst ihr geistiges Verhängnis. Die Verlorenheit einer altmodischen Frau in einer Welt, die nichts von dem weiß, an das ich stets geglaubt hatte. Die Ärmste ist... Sie ist in die falsche Richtung eingeschwenkt. Davon hat sie sich nicht mehr erholt. Ich wollte nur deine Vergebung. Ich weiß es, ich weiß es gut, dass mich ein Exil ohne Freunde erwartet und dass alles andere jetzt sinnlos ist.